Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Nautilus Gamer. Ich bin Lucas Amor, Ihr Co-Kommentator heute mal wieder. Und wir spielen heute einen kleinen Sita-Massaker mit Holle und Nautilus und natürlich meiner Wenigkeit. Sag mal Hallo. Hallo. Ey, was schicke ich mir da? Oh, ich hab das falsche Deck genommen. Lol. Könnt mir wieder Reels nicht, ne? Nö, Reels nicht. Oh, komm, oh bitte, das ist ein 26 Sekunden haben wir jetzt gespielt. Hä, das ist doch ein gutes Deck. Das ist ein Scheiß Deck, will ich mich erarschen, ich hab kaum Holz drin. Hä, doch, das geht voll, das kriegst du damit hin. Hey, du bist so ein Lappen, Alter. Ey, das geht doch voll in Audi los. Ey, seid so richtige Lappen, Alter, dann spiele ich nicht mehr. Äh, da schicke ich mir jetzt. Ich hab mich mal ein Upgrade für Holz, Seemann. Lappen seid ihr nicht. Ne, die lachen sich jetzt einen ab, so. Haha, na, 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 na. Nö, mein doch gar nicht. Na, 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 na. Nein, Spaß. Aber ich... Mein Deck ist das bei den Chinesen auch nicht das Beste. Hä, du hast eigentlich nur eine unnötige Karte drin, die... Was? Ich hab da voll viele unnötigen Karten. Hä, nein, das geht eigentlich nicht. Na klar, das Holz Ding bauch ich gar nicht. Dann noch dieses... Ja, genau, das ist ein... Stadthalter bauch ich auch nicht. Hä, Stadthalter? Dann... Ja, dann bauch ich was noch auch nicht. Okay, zwei Stück, aber das ist sonst eigentlich... Ey, mir fehlen noch fünf Karten, ne. Da hätt ich noch Gold extra reingemacht. Tausende. Tausende Gold. Ja, tausende Golde dich reingebaut. Hallo, du bist OP-Nation schlechthin in einem... äh... Ziele Massaker mit dem... Wenn dir mal mein Deck anguckst, ist auch nicht das Beste bei den Chinesen. Äh... Dein Deck ist... Ja, ist auch nicht so geil. Warum hast du das... Warum hast du Nahrung im Zweiten? Warum nicht? Weil du... Als erstes auf den Müllen gehst, dann brauchst du die Nahrung. Alter, Lukas hat ein richtiges, gutes Deck. Äh, so ein Schwitzer bist du, Lukas. Hä, was hab ich denn gesagt? Hola, du sagst ja nicht. Ich hab... Ich hab... Ich hab gesagt, dass ich scheiß Deck auf. Absolut, ich hab nicht gesagt. Äh... Na gut, das darf ja nicht schlecht. Okay, dann ist Deck, ich hab mir von irgendjemandem abgeschmort. Ich weiß gar nicht mehr zu sehen. Nicht von mir. Ja, da hab ich mal... Ich bin so ein Folterbein. Na gut, ne. Na gut, nö. Na gut, ne. Na gut. Na gut, ne. 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 meine Jüte als Sieg gegen dich wenn ich die Stimme der Nähe weiter warte ich ich habe die Barriere damit nach Hause heißt er hätte sie gleich wieder ab ein wir machen auch so die Chinesen sind die neutrale Schweiz nö die Beine so gleichzüglich bin Erdnungen Hardcore wohl Hardcore russian hier er macht ihr beide ich ich halte mich zurück wie ihr beide ich habe muss mit schütteln ich lasse ich das mal machen und das kriegst schon hin seine Hauptkommenschein und schickte und wieder einer von allen sieht man mal auf kundschaft tour mache ich schon komm 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 die wenigsten punkte wer hat das gesagt er war bei 29 dann ist er auf 24 geworden wo du hast ja was schicken wer weiß wer weiß ich mache ich auch gerade mehr sieht laut hat im müde geworden dann schnitt der agent einher Das glaube ich ja nicht. Nein, du magst, du musst. Die Gelbwesten sind da tot. Oder Oranschwester war es bei dir? Oranschwester, ja. Die Feder tragen den Oranschwester. Ihr kennt ihn. Er ist aber ziemlich schnell gestorben, der Siedler. Ja, zwei Schüsse oder was das war? Du hast alle deine Siedler im Dorf genommen, oder? Ja, genau. Nicht alle, es waren acht, dann habe ich die letzten Zeit noch reingeschickt. Doch, Olle, bist du? Olle, jetzt bist du dran. Ja, was? Womit? Schick mal deinen Siedler auf Tour. Nein, danke. Ich brauche alle meine Siedler. Richtung Sonne. Schau mal, wer jetzt das ägt. Ich nicht. Wir sind alle punktemäßig ganz... Na, bei einem anderen. Ja, okay. Ja, logisch. Weil du kannst... Gibt es da keine Nahrung für Siedler bauen aus. Was? Doch. Nee, du bist Holländer, du brauchst Gold für Siedler bauen, du keine Nahrung. Das ist... Das ist eine Verschwörungstheorie, was du jetzt hier sagst. Das ist eine Verschwörung. Gegen mich. Gegen mich. Gegen mein Volk. Mein Volk aus Holland. Aha. Ich bin doch nicht so wütend. Ich bin noch nicht wütend. Weil ich hier aggressiv. 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 Wenn ich zwei Häuser baue, plus zwei Häuser baue, kriege ich noch einen Marktplatzgeschenk dazu. Ich bin gleich Nordfluss Edge direkt vom zweiten ins Hüfte. Ja. Das wäre schön. Ich hoffe mal nicht. Sag sowas nicht. Oh, ich würde glaube ich die Marktplatz-Traden-Ding sehr zerstören. Vergewaltigen gleich. Ja, ich glaube. Irgendjahr macht dir das, dann bitte schön. Ja, wenn wir zu viel kaufen, zu viel verkaufen. Standard halt. Ja. Ah, nee. Was? Holle ist auf und sollten. Holle ist auf. Wie viel sie last so Rolle? Äh, ich bin doch bei 20. Hä? Auch 20. Ich hab Korre. Hä? Ja, ich bin doch gerade rausgetoppt, sorry. Ich muss gerade die unten schreiben. Ich frage mich, ähm, bei einem Porzillatkurm, wenn man da ja noch nicht möchte, wäre ich kannst du da drei ruhstoffe oder halt einzeln was bringt was halt um besser entweder nur für ein geber er dann ist es auch bereit das war jetzt scheiße von mir keine ahnung ich will dich nur ärgern das ist egal was zurückgängstig mit mehrmals treuern leutern fest und schießt man und dort sind schießt war mit dem zweiten gar nicht ich bin Ich denke, ich bin jetzt nicht mehr. Ich denke, ich bin jetzt nicht mehr. Will da jemand mich ärgern? Ich denke, ich bin jetzt nicht mehr. Ich denke, ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr hochkonzentriert. Ich denke, ich bin jetzt nicht mehr hochkonzentriert. Ich bin jetzt nicht mehr hochkommen. Ich bin jetzt nicht mehr hochkonzentriert. Ich bin jetzt nicht mehr hochkonzentriert. Ich bin jetzt nicht mehr hochkonzentriert. Ich bin jetzt nicht mehr hochkontriert. Kann ich mir schon bitte fragen. Wenn ich eine Armee hätte. Ich bin jetzt alle drauf. Mann, ich frag mich, was ich nehmen soll, die Russen, bei den Konsulanten, die nicht da am besten. Keine Ahnung. Du hast ja ne krasser Reichweite, also ein Scheiß, du hast dann schon... Es hat 30 Reichweite, 2-3. Das reicht. Das reicht. Ich bin nur am Gucken, ich will niemanden angreifen, ich bin nur am Gucken, ich bin nur am Zerlützer, den Schötzen. Dusfe Shalding Dongint Picasso 06 Emma Rohn Hola, geh mit deinem Steppenreiter weg. Ich guck da nur, dass das do closure der Titans und Richter auch bei mir machen. Alle, dass evige Krieg. Halk 005e Wirtschaftskraftwerke massiv beginnt Ziele und zessere какая-tik elbows von der Klinik zum Zulich komme ich und holen mit Gustav ob ich das Argument genug ich bin an die die Markkopfpreis in der Kumpel der Umkehrschule an Kappel auch sehr viel beigetragen die Komplett tot der Komplett würde ich nicht sagen naja geht loo lecker mit sowas, what the f**k what the f**k Wollte nur noch hallo sagen noch nicht Na, kannst du gerne Ich bin auch wieder weg, alles gut und vermögen Einbruchskosten und Vermögen Ich frage mit Kaputnikab, sehr viel in ihre Armee rein Gar nichts mehr Sieht aber nicht so aus Nee, tut mir auch nicht Ich baue noch los Ich baue noch los Ich baue noch los Was denn? Dein Ernst? Da hast du angefangen. Ich mach's nur zu Ende. Ich mach's nur zu Ende. Komm doch, komm doch. Um, Madame. Das war ein Album, aber das ist ganz gut. Das ist ich nicht zu Ende. Das ist nicht zu Ende. Komm doch hin. Da hast du Ende. Jin, herrlich. Das sei nicht, das ist ja nicht zu Ende. Das ist ja mal, dass du Ende so ganz gut geht. Das ist ja einfach. kommt noch ein paar extra Ah, alles klar. Alter, was für uns sind die Leute so stark. Das ist ein Choreurer, hallo. Ich meine, die Museen, die so stark sind. Das sind halt Rosario. Hartlos, bleib weg. Ja, vielleicht. Das ist ja nicht so stark. Das ist ja nicht so stark. Das ist ja nicht so stark. Das ist ja auch ein Dringlich. Ja, ich muss es nicht so stark. Ja, ich muss es nicht so stark. Das ist ja 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 nicht so stark. Ich muss es nicht so stark sein. Oder ein Dringlich. Ja nicht so stark. Das ist ja nicht so stark. Das ist ja nicht so stark. diese Marktpreise sind so tot kriegst du nur 100 Nahrung verkauft kriegst 23 Gold auch ich muss sagen ich habe echt genug Nahrung wir uns beide bekämpfen ich glaube wir sind auf die Schmutter auf der Zeit ein Prozent mehr doch eigentlich nicht nicht bei der Leipzig doch so auch wenn er die Fahrt wie geht habe ich an die Kopf hast du man zu 30 Jahren reichen aus und weiter mit die Hauptstadt auch nein ficken. Ah scheiße. Na, hast du Lust? Ja. Nö. Doch. Du hast mich tot gleich. Alter Junge. Mach's nicht so asozial, bitte. Was denn? Du hast mich angegriffene. Ich wollte in Frieden nur spielen. Ja, aber die G-B-T-G-B-T-G. Ich bin tot. G-G. Ich bin tot. Ja, ich hab keine Siedler mehr bauen. Ah, stimmt. Oh, lol. Ja, das hab ich vergessen. Ja, das hab ich vergessen. Oh, Mann, wo Arsch. Ja, G-G. Oh, nein, da bin ich nicht alleine. Du bist tot. Ah, es klingt toll. Easy abgewährt. Ah, Mann. Sorry. Jetzt hasst er mich. Ja. Na, hau dir das, du Arsch. Ich hasse dich. 1 gegen 1 jetzt, direkt danach. Oh, fuck. Ich hab alle meine Sieger auf dem geschickt. Ja, das gehört. 1 gegen 1 direkt. Bau-Anti-Inf. Hey, was bist du denn? Bau-Anti-Inf. Nichts nicht. Abverkäufer. Nein, das geht nicht. Noch mehr. Eine der die Scheiß hin. Weiß, dann wollte ich gerade, ich wollte gerade mit dem Bau und Denken anfangen. Oh, Mann, ey. Das ist beschissenes Attain, was überhaupt geht. Ja. Pauli, dir fehlt eine wichtige Karte im Netz. Echt, finde ich? Mmhm, dann könntest du die Choco Nuss bauen. als ich gewusst ja und danach gibt es die Karte zu 100 Prozent stärker werden ach du scheiße hat das viel hat er gesagt, ich kriegte sie abgewährt Wutofu ich muss halt nie, weil ihr mich angreifen wollt, dann hab ich immer für einen Fall sie hat gebaut dembei das kann ich jetzt vergessen ja, wenn ihr heute zum Gegenwusch ansetzt könnte es gefährlich werden na, glaub ich nicht so hab ich schon so na, anfangen heute auch das rum, aber ich hab so ein Scheiß Deck ja, was soll ich tun, ich muss zu ruschen, ich wollte eigentlich gar nicht waschen ich wollte einfach nur chillen ich wollte auch chillen ich hab keinen Rush Deck, deswegen und ich chill ey, soll doch nicht jeder herlaufen, ihr Spagos jetzt hat er mich einfach getötet wer? werd ich getötet? welcher Arsch? du hast mich getötet echt? dieser Note durch diese Arsch ja wir sind da direkt eins gegen eins raus warum ist eins gegen eins? der Roll ist auch noch dabei ja, das muss dann eh los ich guck, ich guck, ich guck dann zu wenn er dann so ne Map hat, wo ich zugucken kann ich hab eine ja ja ich weiß nicht oh oh shit, das ist gut meister, es reicht? ja also ich würde jetzt an Nautil-Stelle Kavalerie bauen wie wär's mit Upgraden von dann anhalten, Halle? äh, ich hab, ich bin dabei ah, gut oh mein Gott oh mein Gott ist das nicht? nachschicken, Halle, nachschicken ich bin dabei, ich hab' ausbilden aber trotzdem ich hab' gespielt auch von Autoholus in dieser Stelle aber das ist GG, das krieg' ja nicht mehr abbild' ja hast du dir das zweite Doppelum schicken lassen? ja ah, clever ich hab' 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 das erste Mal gewonnen ich hab' ich hab'